Das Einfachste, was man oftmals tun kann, um eine Performance in seinem Depot zu steigern und zu verbessern, zumindest langfristig, ist es, nichts zu tun. Gleichzeitig ist es aber auch oftmals so, dass Nichtstun einem eben sehr viel Geld kosten kann oder Nichtstun etwas sehr, sehr Schwieriges ist. Und das werden wir uns jetzt auch anhand meines Depot-Updates hier anschauen. Das heißt, ich gehe mit euch wieder mein Depot durch und meine Stammzuschauer unter euch, die werden schon feststellen, hey, die letzten Wochen ist von JD hier sehr, sehr wenig gekommen auf den Aktienkanal und gewissermaßen war das tatsächlich auch Absicht, denn ich hatte das Gefühl bereits vor dem Sommer, dass ich eigentlich meine großen Investment-Ideen hier sehr, sehr breit tatsächlich breit geklopft hatte und im Grunde auch angefangen habe, mich sehr oft zu wiederholen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich doch mal tatsächlich das, von dem ich auch öfters und sehr viele Jahre schon hier gesprochen habe, nämlich langfristig zu investieren und ich lasse doch einfach mal meine Investment-Ideen tatsächlich mal passieren. Einfach mal über ein paar Monate und dann schauen wir gemeinsam nochmal rein. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir in dieser Phase, ich sage mal so gegen Sommer, habe ich auch tatsächlich gemerkt, dass die Kritik natürlich auch von einigen Zuschauern deutlich ansteigt, wenn natürlich die Performance, wie hier zum Beispiel Anfang August, sich immer weiter entfernt von den großen Indizes und ich im Endeffekt eine deutliche Underperformance gegenüber beispielsweise DAX, S&P 500 oder MSCI World hatte. Und dann wird das natürlich auch schwieriger, es interessieren sich weniger Zuschauer, wie es nun mal so ist. Und ich habe mir gedacht, okay, in diesem Kontext mache ich doch genau das, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede. Nämlich langfristig investieren und wer langfristig investiert, der schaut eben nicht täglich, der schaut nicht wöchentlich, der schaut teilweise nicht mal monatlich tatsächlich in seine Depot-Performance rein oder seine Depot-Entwicklung rein. Und wer jetzt nochmal in meine Positionen reinschaut, der wird eins feststellen, ja, wir gehen mal hier kurz auf die Analyse. Und ich denke, es hat sich so großartig nicht viel in meinem Depot getan. Also meine großen Investment-Cases, meine großen Investment-Ideen sind weiterhin meine großen Positionen, wie zum Beispiel eine Sofa, eine Paradox. Ich habe auch eine Meta weiterhin im Depot und ansonsten hat sich hier nicht viel getan. Eine Oddity, die hier ebenfalls mit drin ist, eine PayPal habe ich weiter aufgebaut. Wir gehen mal kurz auf meine Community-Seite und die ist weiterhin aktiv. Das heißt, wer hier einfach tatsächlich immer nachvollziehen will, hey, was macht der JD, selbst wenn er nicht jetzt jede Woche ein Video postet, aber was macht er denn tatsächlich mit diesem Depot hier? Also zum einen könnt ihr natürlich immer weiterhin auch auf dieses Depot live zugreifen, jeden Tag. Der Link unten zu Parkett findet ihr auch unten komplett kostenlos und genauso komplett kostenlos, einfach nur aus Transparenzgründen, ist diese Community-Plattform, wo ich euch immer zeige, selbst wenn ich keine Videos hochlade, was mache ich in meinem Depot. Und dann erfolgen meistens solche Posts. Und dann könnt ihr hier sehen, über den Sommer habe ich zum Beispiel weiter PayPal aufgestockt und gleichzeitig, das war auch eine sehr wichtige Investition meiner letzten Jahre, habe ich jetzt aber tatsächlich mittlerweile einen Teil, einen relativ großen Teil meiner Palantir-Position verkauft. Wenn wir hier auch auf die Palantir-Gewichtung gehen, die beträgt jetzt nur noch nach diesem Verkauf 2,34%. Und der Hintergrund hier auch bei dem Palantir-Verkauf ganz klar, wenn ich mal hier einfach auf die Bewertungskennzahlen gehe, dann muss ich schon feststellen, Palantir ist jetzt auch gegenüber meinem Investment-Case und den Bewertungen, die ich angenommen habe für viele Jahre, ist es jetzt kurzfristig, mittelfristig schon deutlich über das Ziel hinausgelaufen. Und wenn sich Palantir mal in einer sehr schwachen Marktphase, also wenn der Gesamtmarkt tatsächlich mal einstürzen sollte, aufgrund von einer Rezession, dann kann sich gut und gerne Palantir tatsächlich auch mal halbieren. Und wir wären dann immer noch nicht wirklich mega günstig in der Aktie. Und deswegen habe ich gesagt, okay, für mich ist die Aktie, für mich ist das Unternehmen weiterhin natürlich sehr attraktiv. Aber zu der Bewertung möchte ich jetzt nicht 6-7% meines Portfolios in Palantir halten und reduziere bzw. cutte das Ganze ein bisschen wieder zurecht. Mit 2,34% kann ich durchaus leben, wenn die sich halbieren bei 6 oder 7%. Da tut es natürlich weh. Und ähnlich wie auch bei Nvidia, auch bei Nvidia habe ich mal einen Teilverkauf durchgeführt, ist es so, dass ich, wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin, langfristig überzeugt bin von den Produkten, von der Strategie, von dem Management, von den Zielen, von der Technologie, dann ist es nicht so, dass wenn eine Aktie massiv überbewertet ist, dass ich immer 100%ig aussteige und komplett raus bin. Sondern dann mache ich es wie eben hier bei Palantir, dass ich 3 Viertel oder 2 Drittel meiner Position verkaufe und den Rest tatsächlich einfach komplett weiterlaufen lasse, egal wie teuer dann die Aktie wird. Denn oftmals ist es tatsächlich so, dass die Aktie dann trotzdem weiter Anlauf nimmt und weiter in exorbitante Höhen steigt und oftmals nachgelagert dann eben diese sehr hohe Bewertung durch sehr, sehr gute Ergebniszahlen untermauert wird, die man aber im Investment Case gar nicht herausgearbeitet hat, sondern durch neue Geschäftsentwicklungen eben dieser neue Aktientrend eben untermauert wird. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn, eine Aktie immer zu 100% zu verkaufen, egal wie es mit der Bewertung anschaut, dann doch lieber 1-2% des Portfolios weiterhin in der Aktie lassen. Es ist ja auch nicht so, dass ich oder ich denke mal auch ihr nur eine Aktie kauft aufgrund der Bewertung. Also das Unternehmen ist totaler Schrott, das Management ist totaler Schrott, die Technologie ist totaler Schrott und in dem Umfeld, was man sich bewegt, ist auch totaler Müll. Aber aufgrund der Bewertung kaufe ich jetzt das Unternehmen. Das passiert ja bei mir genauso wenig wie bei euch, nehme ich an. Und genauso auf die andere Seite gespiegelt, darf eine alleinige Überbewertung in einer Position, die man eh schon länger hält und die sehr gute Rendite abgeworfen hat, nie der alleinige Grund sein, um die Position 100% zu verkaufen. Deswegen wird auch Palenzi hier mit 2,3% erstmal weiterhin im Depot bleiben. Und mein neuster Youcomer hier, Audity, von denen verspreche ich mir immer noch sehr viel. Grundsätzlich ist mein Depot also weiterhin recht fokussiert auf die großen Investmentideen, die ich aber auch ganz klar, das habe ich euch auch schon vor einigen Jahren gesagt, die ich nicht für sehr kurzfristige Zeiteinheiten anlege, sondern bei mir geht es darum, wenn ich einen Investmentcase aufbaue, sei es eine SoFi, sei es eine Paradox, sei es jetzt auch eine Audity oder eine Palantir, diese Investmentcases haben tatsächlich dann einen Betrachtungszeitraum von mindestens 5 Jahren, manchmal auch ein bisschen länger, aber zumindest auf 3 bis 5 Jahre sollte man schon nach vorne blicken, um die großen Ideen eben bei sich auch im Depot abzubilden. So und wieso sage ich jetzt, dass das Beste, was man tun kann, oftmals es so ist, nichts zu tun? Nun, das sieht man jetzt auch hier ganz gut an meinem Depot. Ich habe mich zu Tode analysiert bei SoFi, bei Paradox und bei Audity und bei Palenzi und bei allen anderen Positionen, die ich jetzt eben hier bei mir im Depot habe. und manchmal braucht es einfach Zeit, bis der Gesamtmarkt vielleicht auch diesen Investmentcase, den man selber herausgearbeitet hat, auch tatsächlich akzeptiert oder annimmt oder beziehungsweise bis die breite Masse eben tatsächlich auf eine Aktie aufmerksam wird. Das ist vor allem wichtig wirklich für unbekannte Aktien, die ja auch hier bei mir im Depot regelmäßig vorkommen. Natürlich kennt jeder von euch eine Meta oder eine Tesla, eine Amazon und Microsoft, aber die wenigsten hier, vor allem auch auf YouTube, ganz klar oder allgemein, die wenigsten Anleger werden eine Paradox Interactive im Depot haben und dann vor allem auch nicht als größte Position. Die werden auch keine Audity Tech im Unternehmen haben. Die werden auch sehr wahrscheinlich keine SoFi im Unternehmen haben oder eine Hims and Heres oder eben auch eine Palantir, vor allem weil Palantir auch verschrien war als ganz klar eine MIM-Aktie. Aber bei Palantir war es eben sehr wichtig, den richtigen Moment abzupassen. Und genau diese Investments hier sind bei mir jetzt langsam, also vor allem wenn man tatsächlich mal auf SoFi zum Beispiel jetzt geht, in den letzten Wochen vom Markt gewissermaßen angenommen worden. Wir können ja mal hier schauen, die Kursentwicklung von SoFi ganz klar. Und ich habe es euch auch in den anderen Videos schon gesagt, meiner Ansicht nach ist das Kursziel irgendwo mindestens, ja auch in den nächsten Monaten hier irgendwo 13, 14 Prozent. Das habe ich euch schon mal eingezeichnet. Also hier, man kann es auch mal kopieren. Ich kann es euch nochmal zeigen, wie ich es gemacht habe. Der erste Run, den wir hier gesehen haben, legen wir einfach hier auf das nächste Low rüber und dann so ganz grob das nächste Ziel wären eben 14 Euro. Vor allem würde es sich ja hier auch ganz klar spiegeln mit der nächsten Widerstandszone. Also mein persönliches Ziel, auch von der Bewertungseinheit, das hier ist jetzt nur aus technischer Natur. Allein von der Bewertung her müsste SoFi Stand heute schon mit 13 eher 14 US-Dollar bewertet sein. Und deswegen haben wir auch meiner Ansicht nach relativ kurzfristig immer noch ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Man merkt aber schon, die Aktie hat jetzt auch die letzten Wochen angefangen zu rennen, beziehungsweise der Markt hat endlich auch den Investment Case von SoFi angenommen. Und natürlich spiegelt sich das, wenn ich eine Position mit 18 Prozent gewichte, dann auch in meiner Rendite wieder. Und wenn wir hier mal auf meine Performance mal die letzten Wochen eingehen, dann habe ich Stand heute tatsächlich wieder über einen fast 3-Jahres-Zeitraum zumindest mal den DAX wieder leicht überholt und den MSCI World wieder leicht überholt und der S&P 500 und der Nasdaq sind auch nicht mehr allzu weit weg, sind also wieder in Reichweite gekommen. Und das alles, obwohl ich natürlich nicht nur sehr gute Investments hatte. Ja, ganz klar, es gibt wie bei jedem von euch, wie bei jedem Investor, wie auch jetzt bei mir, gibt es Aktien, die laufen enorm stark. Und von denen hätte man natürlich viel, viel mehr, wie zum Beispiel Nvidia. Oder natürlich hätte ich vielleicht auch damals noch mehr Palantir kaufen können, als sie irgendwo um die 9 US-Dollar rumgelegen sind. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich hier, das sind aber dann vor allem eher so meine sehr hoch spekulativen Aktien, die ich von vornherein auf sehr, sehr kleine Zukaufgrößen begrenzt hatte. Also hier zum Beispiel die ganzen Biotech-Unternehmen wie eine CRISPR, Intellia, Editors. Die sind natürlich sehr, sehr schlecht. Aber die habe ich eigentlich auch bei mir von vornherein eher mit dem Blick reingenommen. Moonshot, aus denen kann eventuell mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könnten diese Unternehmen aber auch pleite gehen. Sie ziehen meine Performance aber auch wirklich nicht extrem stark nach unten. Größere Performance-Probleme gibt es eher dann mit einem Feel-Invest, was ich dann auch schon, wo ich auch schon abgestoßen habe, nämlich Thunderfull. Und das ist nämlich das andere Problem. Jetzt gibt es natürlich Situationen, da kann man sich um eine Aktie oder an eine Aktie an ein Unternehmen festklammern, an ein Investment festklammern, wo man sagt, nein, die Aktie ist jetzt 50% im Minus. Diese Aktie werde ich trotzdem halten und bis ans Lebensende halten. Und nach ein paar Jahren ist die Aktie dann irgendwie wertlos oder bei minus 95, 99%. Da ist es eben wichtig zu unterscheiden. Es gibt Momente, wo es einem performance-technisch, wie gesagt, langfristig unheimlich weiterhilft, wenn man an seine Investment-Cases glaubt. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese falsche Hoffnung, wenn man eben zu lange hält an Positionen, die einem ganz klar ein Loch ins Portfolio reißen. Ich habe meiner Ansicht nach das gewissermaßen in meinem Portfolio über die letzten fast drei Jahre vergleichsweise gut navigieren können. Positionen, die angefangen haben, ein großes Loch reinzuschlagen, wie eine Thunderfull, habe ich dann auch noch aus meinem Depot geschmissen. Aber auch hier nicht aus dem Grund, weil die Kurs-Performance schlecht war, sondern aus dem Grund, dass mein Investment-Case ganz klar eine riesige Lücke bekommen hat und ich nicht mehr überzeugt war von dem Unternehmen. Das hat aber mit der Performance nichts zu tun. Hätte ich angefangen, meine Aktien nach der Performance, also nach der Kursentwicklung zu beurteilen, wäre keiner dieser Aktien nur in meinem Depot. Also ganz ehrlich, dann wäre eine Meta irgendwann rausgeflogen, weil ich, als ich die angefangen habe zu kaufen, die nochmal einen Crash hatte und nochmal abgestürzt ist. Das Gleiche war im Übrigen auch bei Nvidia so. Also Nvidia ist fast jetzt ein Ten-Bagger bei mir im Depot. Aber als ich angefangen habe, die ersten Positionen zu kaufen, dann hat sich die Aktie nochmal um 30% reduziert. Von daher ist es immer ganz wichtig, eben wirklich seine Hausaufgaben zu machen, sein Investment-Case tatsächlich aufzubereiten und dann auch tatsächlich zu sagen, hey, was mache ich ganz konkret, wenn mein Investment-Case intakt ist, wenn sich der Aktienkurs halbiert oder wenn sich der Aktienkurs drittelt? Was mache ich, wenn das Unternehmen sein Hauptprodukt verliert? Also solche Gedanken sich einfach im Voraus zu machen und dann hat man ganz klar einen Schlachtplan. Wie hier zum Beispiel auch bei mir bei Paradox Interactive. Auch hier habe ich euch im Sommer noch die Info gegeben. Meine nächste Zukaufzone, diese goldene Zone, wie ich sie auch in einem Video benannt habe, liegt hier um die 115 schwedische Kronen. Und dann würde ich kaufen, auch wenn meine Position schon sehr, sehr hoch gewichtet ist, dann würde ich hier definitiv weiter kaufen. Ihr seht schon, wir haben diese Zone nicht ganz erreicht und die Aktie ist vorher nach oben gedreht. Aber genau das war mein Ziel. Egal, was kurstechnisch passiert, wenn das Unternehmen genau das abliefert, was ich dann zu diesem Zeitpunkt mir an den Kennzahlen festgemacht habe, an den Produkten festgemacht habe, wenn der Kurs auf dieses Level fällt, kaufe ich die Aktie weiter zu. Wie gesagt, die Aktie ist jetzt vorher nach oben gedreht und hat mir jetzt auch hier wieder ein bisschen Performance ins Depot reingespült. Das war jetzt der Blick so ein bisschen in die Vergangenheit, wie ich das Ganze jetzt auch über die letzten zweieinhalb, fast drei Jahre gesteuert habe. und der Blick in die Zukunft, wie werde ich es weiter handhaben. Also grundsätzlich könnt ihr davon ausgehen, dass ich hier, selbst wenn ihr mal ein paar Tage, ein paar Wochen nichts von mir hört, ich habe zum Ziel, dieses Depot, solange ich an der Börse bin, eben tatsächlich voll transparent euch zur Verfügung zu stellen. Ich mache das hier nicht hauptberuflich. Ich bin kein hauptberuflicher YouTuber, aber es macht mir so unheimlich Spaß und ich will auch einfach meinen Erfolg oder auch meinen Misserfolg, wenn es den auch manchmal gibt, eben mit euch allen teilen, damit wir eben auch gemeinsam einfach lernen können und damit ich auch einfach meine Erfahrungen aus den letzten Jahren und mittlerweile auch fast bald Jahrzehnten, dass ich das eben mit euch tatsächlich teilen kann, dass jeder von euch ein bisschen was mitnehmen kann. Und ich glaube, das sind auch einfach wichtige Erfahrungswerte, wo man nicht nach Gefühl immer anfängt zu steuern, sondern dass man sagt, hey, der Blick in das Kernunternehmen liefert mir eine komplette Begründung, dass mein Investment Case intakt ist und dann warte ich einfach. Ja, das Warten, diese Geduld ist etwas, was heutzutage manchmal tatsächlich fehlt in dem Aktien- und Investmentumfeld. Ich halte es aber trotzdem immer noch für eines der wichtigsten Tugenden, wenn man als Investor tatsächlich eben langfristig erfolgreich sein will. Und langfristig werde ich ja auch ganz klar natürlich auch weiterfahren mit meinem Depot und ich werde natürlich auch in Zukunft, das hat nie aufgehört bei mir, werde ich mir neue Aktien, neue Unternehmen raussuchen, die dann irgendwie gewissermaßen auch in mein Depot passen, in meine Strategie passen und die vielversprechend sind. Denn ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich wieder in einer Phase, wo wir als Stockpicker, also tatsächlich nicht als Investoren in irgendwelche ETFs oder Indizes, sondern wir als Stockpicker tatsächlich sehr viele Chancen auf dem Markt finden können. Denn zum einen haben wir meiner Ansicht nach immer noch eine sehr hohe Bewertung bei Teilaktien und bei anderen Aktien eben immer noch die Chance, wenn man aktiv auf die Suche geht, hier etwas sehr Schönes ins Depot zu bekommen. Ich blicke hier vor allem immer noch von der Bewertung her und dem Potenzial ganz klar auch auf eine Oddity-Tech. Auch hier im Übrigen eine sehr spannende Situation, wenn man hier mal drauf blickt. Auch technisch gesehen haben wir hier ein paar Zonen gesehen oder einen Trend gesehen, der jetzt meiner Ansicht nach gebrochen ist. Also wenn er diese Woche bestätigt wird, jetzt mal im Weekly-Chart, können wir hier auch den Daily-Chart anschauen. Wenn das Ganze hier im Daily-Chart oder im Weekly-Chart dann am Ende bestätigt wird und wir landen über dieser Konsolidierungszone, dann ist auch allein aus bewertungstechnischer Natur meiner Ansicht nach der Fair Value irgendwo, auch kurzfristige Fair Value hier bei Oddity-Tech ebenfalls zwischen 30 und 40%. Das heißt, wenn ich in meine Depot blicke, sehe ich hier weiterhin Aktien und sehe ich weiterhin Investments, die mir auch mittelfristig noch den einen oder anderen Renditepunkt einbringen könnten, damit ich auch irgendwann wieder, wie hier zum Beispiel auch im Juli 2023, auch den Nasdaq und den S&P 500 wieder schlagen könnte. Ich werde mein Depot also genauso auch wie in den letzten zweieinhalb Jahren hier voll transparent weiterführen und natürlich und hoffentlich auch nicht in allzu ferner Zukunft dann auch hier die 100.000 Euro mit diesem Depot knacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Ciao.